Es geht hier um den Wirkungsgrad. Wenn ich an der Stelle beim Windrad ein Kilowatt reinstecke, kommt irgendwo später bei der Energieübertragung üblicherweise weniger raus, zum Beispiel nur 0,9 Kilowatt. Ich habe hier sämtliche Transformatoren weggelassen, das ist rein symbolisch. Also der Wirkungsgrad ist immer das, was ich bekomme, 0,9 durch 1,0 und das ist damit logischerweise immer eine Zahl kleiner 1. Wäre es anders, also würde ich jetzt hier 1 Kilowatt reinstecken und hier 1,2 Kilowatt rausbekommen, dann müsste ich ja Deutschland nur mit solchen Leitungen zukleistern und könnte mit einem Windrad ganz Deutschland versorgen und das funktioniert nicht. Das ist der Energieerhaltungssatz und der scheint wirklich immer und überall zu gelten. Jetzt kommt ein zweites interessantes Beispiel, das ist die sogenannte Wärmepumpe. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Wärmepumpe, die meisten modernen Häuser werden mit Wärmepumpe geheizt. Ich stecke hier 1 Kilowatt Strom rein und dann bekomme ich Wärme und zwar so 3 Kilowatt bis 4 Kilowatt Wärme. Das ist sehr interessant, das klingt jetzt erstmal, wie wenn hier der Energieerhaltungssatz verletzt wäre, aber diese Wärmepumpe holt sich hier noch so 3 Kilowatt bis 4 Kilowatt Wärme aus der Umgebungsluft. Und weil ich die nicht bezahle, ignoriere ich das. Das heißt insgesamt stimmt es natürlich. Also ich habe hier 1 und 3 ist 4, Wirkungsgrade ist schlecht. Also es kommt immer weniger raus natürlich, als ich jetzt reinstecke, aber aus dieser Luftenergie und der Stromenergie bekomme ich Wärmeenergie und das ist natürlich schon wieder weniger. Weil ich aber nur diese Kilowatt bezahle und mich diese Kilowatt interessieren, tue ich so. Spricht mir nicht vom Wirkungsgrad, aber der Faktor ist das immer so, aus 1 macht 3 oder aus 1 wird 4, je nachdem wie gut die Wärmepumpe ist. Wenn die das nicht aus der Luft holt, sondern aus dem Grundwasser holt, ist sie ein bisschen besser und so weiter.